Wir fahren dorthin, wo es Arbeit gibt. Und es gibt selten so eine schöne Arbeit wie da jetzt in Rawa, dass wir für die Familie Schreiner das auch bauen dürfen da drinnen. Und man muss auch dazu sagen, es ist für uns verkehrstechnisch ideal. Wir kommen gleich auf Autobahn auf, da ab und meine Leute sind da. Und da wir 92% oststeuerische Mitarbeiter haben, freuen sich meine Leute, wenn sie die Leute am Fahrrad haben. Und deswegen sagen wir danke für den Auftrag.